Glück auf und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Age of Empires 3. Um zum Dorf deiner Schwester zu gelangen, müssen wir an den Briten vorbei. Wir müssen eine Armee ausbilden und die Briten von unserer Seite aus angreifen. Bilden Sie eine Armee aus und greifen Sie die Briten von der Südseite aus an. Das sind die Briten. Da sind wir. Und da ist ein Dörfilein. Niedlich. Niedlich, okay. Schauen wir mal. Hier ist Eisenerz, ganz viel Wald und Rehe. Jawohl, bereit. Dann, ja, wo machen wir das hin? Hier ist auch noch Stein. Da, wo am meisten Wald ist, ne? So hier. Richtig. Oh, Jan. Beend, ihr Gabi, geh. So. Bauch auf die Klamotte. Aha, ja. Ja, ich habe einen Token. Ah! Henry Cock. Kann ich ihn nicht irgendwie gefangen nehmen hier? Ja, 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 ja. Das passt schon, das passt schon. So, zwei gehen... Da hin. Zwei gehen dahin. Zwei gehen... In die Mühle, ja. Ja. So, baut meine Untertanen. Hey, 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 komm, hier, Angriff, Angriff. Wollen wir feiern? Was sind sie, wie das geht? Das gefällt mir nicht hier. Ich glaub, die wollen ihren Bau wieder zurückholen, deswegen greifen jetzt die ganze Zeit an. Ich kann mir ja nur das vorstellen hier. Naja. Wie lustig die aussehen, ne? So. Wir bereiten uns mal ein bisschen aus und gehen mal nach links und nach rechts. Gucken wir, ob es jetzt alles gibt, ne? Verstanden? So, zwei neue. Wovor ich das mache... Da haben wir noch ein paar Häuser gebaut. Wir kommen klar rum auf jeden Fall. Er läuft schleppend, ne? Ohne... Ohne, dass wir halt Kohle hatten schon vorher, ne? Wir haben glaube ich bei Null angefangen oder so. Oder fast bei Null. Das wird schon, das wird schon. Das wird schon. Das wird schon. Und so haben wir noch ein Ogersteiner. Uh, ja. Wir brauchen mehr Dorfbewohner auf jeden Fall. Wir müssen uns vermehren. Prost. Wir brauchen noch ein paar Kinos. Wir brauchen ja jetzt ein paar Kinos. Mit einer Kinos. Wir brauchen noch ein paar Kinos. Wir brauchen noch eine Kinosplatte. Und wir brauchen erstmal zwei Kinosplatte... Ja. Wir brauchen noch ein Kinosplatte. Ich bin auf jeden Fall. Ich bin auf jeden Fall. Nee, oh. Wie geil. Ich bin auf jeden Fall. Denn wir brauchen wir hier den Kinosplatte. Oder was soll es tun? Nein, das ist den Kinosplatte. Machen wir. Ein Loch, okay. Okay! Könnte eine etwas längere Runde sein, weil ich irgendwie nix gebacken krieg hier so richtig. Oder so ne schnelle, sagen wir mal so. Aber schaffen tun wir auf jeden Fall, ne? Da steht schon mal fest, hier ist ganz viel Vieh, Alter. Ja, ganz viel... Die Wirtschaft ist ein bisschen an zur Kurbel, machen wir schon mal einen Marktplatz hier hin, ne? Wollen wir denn da hin? Das kostet ja auch alles cool hier, ne? Eieiei... So... Äh... Da hin... Ich brüchte auf jeden Fall von jedem 10. Das wird nicht schlecht. Heil... Forster... Genau... So... Du bauen... Du bauen... Äh... Kaserne... Kaserne hier... Stahl... Stahl dort... Und in Dermit der Geschütz-Güßerei... Da hat ja alles noch Zeit... Alles noch Zeit... Alles Zeit... Lusthof... Ich glaub da kriegen war... Äh... Gold? Jetzt... Hier... Weiß ich gar nicht... Perfekt, perfekt... Läuft schon mal... Läuft schon mal... Sehr gut... auch... Aber... Geht... Anxistir... Geht... Echt... Höhe! Eine... Wörter... das war schon lange nicht mehr so ein angriff über die hälfte schon abgebaut 1000 gold haben wir 1200 5 das aufmachen ging jetzt leider nicht egal zwei ritter ja Brüche für. In jeder Stadt. Brauchen wir in der Kirche. Und die Bombe hier hin. So. 1000 Gold. Ja, wir müssen forschen auf jeden Fall, damit wir Gold weiterhin sammeln können, weil da die Ressource bald vorbei ist, ne? Heißt jetzt sparen. Und, ja, warten, ne? Der zweite Mühle wäre auch nicht schlecht. Wo ist der? Komm, geh, Holz sammeln. Jetzt können wir erstmal nur warten, ne? Bis die Kneten reinkommen. Aha. eine zweite mühle könnte ich jetzt schon errichten sobald ich mich die hier viel laune wo ist er denn da mühle oder hierhin ist der platz mann wieso denn sollen wir sehen die holz hacken so kurz davor noch nicht an zwei drei vier fünf Ihr könnt da ein bisschen ein paar Häuschen bauen, ne? Das schafft ihr schon, das schafft ihr schon. 100 Holz. Holz ist auch so ein Mangelware, ne? Da muss ich auch noch 5 Dorfbewohner dazu holen, auf jeden Fall. 1, 2, ich kann forschen. Wer war Ihnen hier? Weil Kampfschufe brauchen wir nicht hier, weil wir keinen mehr haben. Haha, glaub ich. Äh, ja. Ach aje. Okay. Verzieht euch. Ganz klein hinterher. Ah ja. Ah ja. Ah ja. Ah ja, okay. Dann soll ich mal hier. Ihr könnt ja... ...solange da unten sammeln. Das kriegt ja schon alles Sinn hier. Macht euch mal keine Sorgen. Das waren 4, ne? 3 nur? Okay. Sehr gut. Angst. Angst mit 3 Wölfen? Geh. 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 Eieieiei Was macht der denn da? Was soll der denn kackt? Hier ? Der Kriegsrichtiger oder wat? Man 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 600 Holz Holzie holzie heuz 57 von 150 Brauchen wir nicht Ein für Holz noch Beziehungsweise zum Bauen Wir werden angegriffen Ich mach da Granaten, Alter Geh 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 Usthof, Handelsposten. Ja, guck. Kann man sogar machen. So, gucken wir mal, was es da noch gibt, ne? Müssen wir mal gleich angereifen, auf jeden Fall. So, Angriff, auf jeden Fall, ne? So, Angriff, auf jeden Fall. Die Mucke auch, ja. So, Männers, jetzt hier runter. Ah, ja, heißt ja, der Krieg, ne? Hier oben. Ja, gut, dann müssen wir vor allem auch anstehen bleiben, erst mal. Ungefähr dort. Hier ist auch nix, äh... Kommen wir hier rum? Ich glaube, nach unten rum, oder? Oder worum geht's? Ne, 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 da geht's auch nicht lang, da geht's auch nicht lang, oder? Sag ich doch! Dann... Geht mal hier runter wieder. So, was wir brauchen, auf jeden Fall, ist das gegen den Mauerje. Nein, das hier... Und... Oh, so sieht gut aus. Warte, nur eine? Was fehlt mir denn wieder? Gold! Mando! Verkaufen war... Äh, muss ja mal, was ist das hier, ne? Wir verkaufen einfach, äh... Ja. Fressen. Oh. Das ist ein bisschen arbeitslos. Schicken wir die mal dorthin. Veteranen. Bauen wir mal fünf Veterane. Was sind die Eingang von der Seite? Wir haben keinen Eingang von der Seite. Ohne roten. Ja, dann... Geht alles... Darum. Safe, safe, safe. Binden Sie eine Armee aus. Das mach ich doch gerade. Der ist nicht mal arbeitslos, aber... Äh, ja. Ja. So, fast fertig, ne? Können wir gleich loslegen. Hä? Hallo, wun geht's hier? Gehen die Holz sammeln, oder? Und gehen wir den Duft abfackeln. Attacke, ne? Ohohoho! Das scheppert hier immer! Alter Schwede! Wir müssen weiter angreifen, egal wie hoch die Verluste sind. Wenn die Briten gegen uns kämpfen, können die Irokesen einen Angriff von der anderen Seite starten. Erstmal den Drogen hier. So! Jetzt seid ihr dran. Attacke, Leute! Attacke! So! Ah, die kleinen Schweinis hier. Wo ist das, ja? Diese Irokesenkrieger werden die britischen Gleichgesichter büßen lassen. Okay. Alle britischen Gebäude zerstören. Okay. Water down. Okay. Hier geht's durch. Die Grenz hier nieder Ja gut wenn man große Stress hat Ne dann kriegt man halt ne Bevor irgendetwas neu gebaut ne Ja wie viele Alter Morvedo hier Ach ganz vergessen Schnell die Mauern Die Mauern Ich bin Da gehts weiter Oh ja ja Oh ja ja Einiges hier immer Das sind die Bauern ne Ihr könnt schön holzhacken gehen Noch irgendwo welche Das sind die glaube ich ne Ja Machen die da Hier macht die Fertig Immer wieder hier irgendwas aufbauen Das ist doch nicht normal hier Ist nix ne Die sind glaube ich auch alle Fertig Da kommen nur ein paar rote hinterher So 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 Söldner, John Blacks Manor. Sieh an, der Fuchs hat also endlich seinen Bau verlassen. Bringt euch in Ordnung, Captain. Auf euch wartet Arbeit. Bringt Blacks Onkel zu unserem Fuhr im Westen. Er wird mir verraten, wo der Jungbrunnen ist, bevor er stirbt. Und das alles in der nächsten Folge. Wenn es heißt, ich ging in die ganze Welt. Rot rein. Peace. Outro